Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich bin eigentlich gerade im Urlaub in Dänemark, aber ich konnte es jetzt einfach nicht abwarten, euch meine schöne neue Gitarre zu zeigen. Und zwar ist das hier, diese schöne von Sigma Gitarre. Ich habe tatsächlich mehrere ausprobiert und die hat einen kleineren Korpus als ein normaler Dreadnought, weshalb auch hier der Hals einfacher zu spielen ist. Ich kann auf einmal tatsächlich eine G super easy greifen und sie klingt einfach wunderschön. Also ich bin total zufrieden, mega happy und kann gar nicht aufhören zu üben. Und ja, es gibt später nach meinem Urlaub auch noch ein ausführlicheres Video, wo ich so ein bisschen erläutere, wie das Gitarrenkaufen war, was ich ausprobiert habe, warum ich jetzt wirklich auch diese genommen habe. Aber ich wollte sie euch auf jeden Fall schon mal zeigen. Ich weiß gar nicht, wie man das Modell hier nennt. Es sind Martin Strings drauf. Ich kann mal gerade gucken, ob hier noch was steht. Seriennummer. Es ist ein Modell von 000mc-1ste. So, könnt ihr euch mal angucken. Ansonsten ja, für die Neugierigen, die ist es geworden. Ich bin super glücklich, habe diverse Gitarren probiert und als ich die in der Hand hatte, habe ich direkt gemerkt, die ist es. Ich kann sie sogar in Verstärker anschließen, was ziemlich cool ist. Das haben wir auch ausprobiert. Und ja, jetzt bin ich im Urlaub und übe ganz viel. Meine Fingerkuppen danken mich schon. Kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.